Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matlay3000 und das hier ist mein Let's Play von UFO Alien Invasion. Folge 79. Ja, wundert euch nicht, dass sich meine Stimme ein bisschen anders anhört. Ich hab gerade einen riesigen Schnupfen. Ich hoffe, ich verhuste hier nicht das ganze Video. Falls das so sein sollte, werde ich das hier abbrechen. Ist also ein Versuch. So, okay. Was ist passiert zuletzt? Unsere Basis ist angegriffen worden von den Aliens und wir haben sie erfolgreich verteidigt. Und ich glaube, wir haben noch einen Verletzten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und ich habe ein bisschen die Basis in Asien umgebaut. So, und jetzt habe ich noch... Muss ich ein bisschen verkaufen, weil ihr seht ja, ich habe fast kein Geld mehr hier. Da muss ich noch ein bisschen von den Sachen hier versilbern. Mal schauen, was haben wir denn hier noch? Äh, hm. Laserpistole, hm, 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 hm. Plasma-Pistole. Haben wir viel zu viel. So. Da können wir welche weg. Sturmgewehre brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Die haben sich erübrigt. Fünf Scharfschützengewehre brauchen wir auch nicht. So, ein bisschen Munition kaufe ich noch. So, Schrotflinten, auch zu viele. Ah, Plasma-Gewehre, oi. Das gibt Geld. Sehr schön. Die erforschen wir ja gerade. Diese Waffe. Ja, und da. Da brauchen wir auch nicht so viele von. Die sind jetzt auch veraltet mittlerweile. Was haben wir hier noch? Körperrüstung der Aliens können wir nicht nutzen. Also versilbern sie. Versilbern wir sie. Wollte ich sagen. So, okay. Gut. Also die machen noch weiter Produkts... Patronen. Für unsere Laserwaffen, ja. Können wir immer gebrauchen. Und dann müssen sie noch... ...wieder Lasergeschütze produzieren. Da wir ja ständig Flieger verlieren, weil sie... ...von den Aliens abgeschossen werden. Ich würde sagen... ...drei Stück. Okay. Und dann soll es mal weitergehen hier. Und ein Jäger. Okay. Wir haben ja gelernt, die begleiten immer andere, größere... ...Alien-Raumschiffe. Also muss hier eigentlich noch... ...irgendwo wieder ein... ...größeres Ufo unterwegs sein. Mal sehen. Wahrscheinlich wieder eine neue Terra-Mission. Produktion ist abgeschlossen. Produktion ist abgeschlossen. Aha. Okay. Ja. Sehr gut. Äh... Wie sieht es denn eigentlich mit der Forschung aus? Ah ja. Das ist die neue Waffe. Von den Aliens. Diese... ...diese schwere... ...Plasma. Und was machen die? Ah. Außerirdische Werkstoffe. In Asien. Sehr gut, sehr gut. Ja. Weiter geht's. Und der nächste Jäger. Mhm. Entweder der gleiche Fünfer hin. Jetzt auf dem Rückweg. Oder schon wieder ein anderer. So. Und da ist der Sammler. Wahrscheinlich Diener beschützt. Aha. So. Hm. Dann holt den mal runter hier. Terror-Mission. Aha. Ja. Und da ist der Sammler. Und da haben wir... ...eine Terror-Mission. Ja. Ich muss mal sehen, wie das mit den Statistiken aussieht. Und da ist... ...russland ist glücklich. Hm. Nee. Heute nicht, Freunde. Heute nicht. Forschungsprojekt abgeschlossen. Der Blaster. Na. Supi. Den schaue ich mir noch mal an. So. Wo ist er denn? Pistole. Blaster. So. Okay. Der hat eine... ...sehr gute Reichweite. Ich schaue mir mal die Statistik an. Ui. Ui. 450 Schaden. Also wenn der trifft... ...da wächst kein Gras mehr. Aber die Streuung ist immer noch gewaltig. Ich vergleiche mal hier mit dem Gewehr. Das ist ja lausig. Hm. Kein Wunder, dass die Jungs damit nichts treffen. Naja. Okay. Ähm. Weiter geht's. Ach ne, ich muss ja natürlich die neue Forschung noch starten. Joa, so viel ist ja hier gar nicht mehr. Dann würde ich sagen, guckt euch mal diese Nahkampfwaffe an. Wenn wir demnächst die Betäubungsstäbe haben, müssen wir hier in den Nahkampf gehen. So. Ja, das wollte ich sowieso als nächstes machen. Äh. Wenn ich mal ein bisschen Zeit hab. Sollen meine Ingenieure Betäubungsstäbe herstellen. Ich will nämlich mal so ein Ehren lebendig gefangen nehmen. Damit wir es verhören können. So. Und da ist der nächste Jäger. Na, Freundchen, wo soll's hingehen? Und noch einer. Okay. Moment mal. Schon wieder eine Terror-Mission? Nee. Moment mal. Ist es abgestürzt? Äh. Einfach so? Kurios. Okay. Das verschwindend. Und das nächste Ufo. Uh-huh. So. Und los. Hat ihn. Der nächste Jäger lässt natürlich nicht auf sich warten. Wo soll's denn hingehen, Kumpel? Ah, Richtung erinnert. Okay. Aha. Und weg. Na gut. Erntemission? Ne. Das kann ich ja jetzt nicht zulassen. Ne, 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 ne. Also. Hier wird nichts geerntet. Oh, da ist die Zeit rum. Äh. Ich mach mal Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.